Ehrlichkeit Offenheit Wertschätzung Teamgeist Disziplin Zusammenhalt Mut Leibnizacht Als ehemaliger Jugendspieler des FSV Frankfurt habe ich sehr von der hohen Qualität der Nachwuchsarbeit profitiert und den Sprung in die erste Mannschaft des FSV Frankfurt geschafft. Mit deiner Unterstützung gehst du anderen Kindern und Jugendlichen auf diesem Weg. Wir beim FSV Frankfurt haben es uns zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche der Region ganzheitlich zu fördern und auf ihrem fußballerischen Weg bestmöglich zu begleiten. Dies tun wir mit großem Engagement und viel Leidenschaft. Wir brauchen eure Unterstützung. Helft uns, dass wir auch in der nächsten Saison die Zulassung als Nachwuchsleistungszentrum bekommen und weiterhin unsere Jugendlichen optimal fördern und fördern können. Gute Ausbildung sollte und darf kein Privileg der milliardenschweren Erst- und Zweitligisten sein. Also helft, dass der FSV weiterhin eine optimale Jugendarbeit leisten kann. Wir sind das Saison.